Heute gibt es Fisch, ihr Lieben, und zwar Seelachsfilet, zack pimp, nicht Natur, bei mir gibt es nicht Natur, heute ist Samstag, halt gönne ich mir was, heute gibt es das Ganze mit Haferflockenpanade, und deswegen, für die Panade, für den Seelachs, brauchen wir Haferflocken gemahlen, und jetzt noch, ah ja, das Ei verquirlt, sind sie die panierte, dann steht es, mit Haferflocken jetzt, wieder, da rein, Rapsöl, zum Anbraten, das Ei, nicht wegfliegt, gibt es ein, wer kennt es von euch, die etwas älter kennt schon, ein falsches Schnitzel, Seelachsfilet fertig, Felsalad zu, und das falsche Schnitzel aus Haferflocken und Eis hier, Mahlzeit, und das ganze Gewürz mit, Kürbiskernsalz, hmmm, lecker!